Ja, hallo liebe Zuschauer. Nein, es ist nicht der 1. April. Wie das manchmal so ist, manchmal haben wir auch hier eine extrem lange Leitung, beziehungsweise es stand etwas drauf. Aber das ist jetzt hoffentlich behoben. Ich bin jetzt da, ich bin live da und wir haben unsere ZIP-Sendung. Ein bisschen kürzer heute. Das sind die Themen. Ach, irgendwie wäre es schon schön, wenn wir da bereits wären, oder? Beim Impfen. Aber es klappt vieles nicht. Das Pharmaunternehmen Pfizer hat Probleme bei der Herstellung. Bei uns kommt viel weniger an als geplant. Und selbst in den Kliniken reicht es nicht mal für all die, die täglich mit Corona-Kranken zu tun haben. Und in Brandenburg werden über die Hotlines gar keine Termine mehr vergeben. Ja, das ist leider Stand der Dinge. Und daraus ergeben sich dann solche ganz persönlichen Tragödien, wie die vom Ehepaar Schulze-Xinzig. Tja, so schwierig ist das dann im Einzelnen. Der Pieks in den Armen gegen das Virus ist das eine, aber die Spritze gegen die Seelenschmerzen in dieser Zeit, ja, die muss wohl erst noch erfunden werden. Silvia Hoffmann hat die auch nicht. Aber sie bietet etwas anderes an. Eine sehr alte Medizin, kennen wir alle, aber gerade verabreichen wir uns alle zu wenig davon. Wie sagte die eine Frau gerade, wir haben alle den Faden verloren. Tja, ist wohl so. Ein Seelenkaffee kann helfen oder etwas für sich selbst zu tun. Gegen die Ängste meditieren. Und das versuchen wir morgen gemeinsam im ZIP-Service. Aber jetzt interessiert uns ein anderes, ein fettiges Thema. Was sich auf dem Teller da zusammenstapelt und damit es gut wird, dafür haben wir ja Vera immer bei uns. Vera Spellerberg. Ich auch. Liebe Vera, da hinten dieser Butterblock. Ja. Ganz ehrlich, ich kann das ja so mit dem Messer wegessen. Ja, kann ich gut verstehen. Butter schmeckt. Aber das heißt, du erhebst jetzt nicht den Finger und sagst, nee, geht gar nicht. Nee, macht fett. Das sagen wir heute nicht mehr, weil die Ernährungswissenschaften festgestellt hat, Fette sind lebensnotwendig und vieles mehr fördern auch Erkrankungen und haben auch ein bisschen mit der Lebensmittelindustrie zu tun, mit der Fastfood-Kultur, aber auch mit der industrialisierten Landwirtschaft und vielem mehr, sodass diese Lastigkeit im Anteil sich eine gute, natürliche Öle zu Hause und setzt die entsprechend ein. Sprich, Olivenöl, ein bisschen mediterrane Kost, Rapsöl für die Bratkartoffeln. Wenn ich höher temperieren will, dass die Butter, die Butter schmalzt. Und Sonnenblumenöl hat wieder ganz viele Omega-6-Fettsäuren. Da sagen wir, Vorsicht, Vorsicht. Nicht so viel von Omega-6, das haben wir uns gemerkt. Aber jetzt folgende Situation in der Küche, die Sie vielleicht auch schon... Öl reingießen, wenn das Rapsöl ist, Rapsöl zugießen, dann sinkt sofort die Temperatur und ich kann eventuell das Verbrennen des Fettes noch verhindern. Weil... Transfette eine große Rolle. So ist es. Ja, steht das drauf auf meinen Packungen, wenn ich sowas kaufe. Ja. Oder woran kann ich das Vorhandensein von Transfetten ablesen? Genau. Der passende Begriff dazu ist gehärtete Fette. Transfettsäuren haben früher empfehlen, so in der Ernährungsberatung gerne, die Butter. Wer sich aber aus Herzgesundheitsgründen und anderem an die Margarine gewöhnt hat, sollte... Dann macht es wirklich wieder die Qualität. Jawohl. Ich bedanke mich ganz herzlich, Vera. Ich freue mich, dass wir weiter durchaus Fett essen können. Ja, so ist es. Die guten Öle, ganz, ganz wichtig. Vielen Dank für alle... Danke. Gute Fette, schlechte Fette. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und Sie können alles kompakt noch mal nachlesen. Entweder auf der rbb-Textseite 360 oder auf unserer Homepage. Podcast-Tipps. Was haben wir denn heute? Einen gegen Ihren und auch meinen inneren Schweinehund, der ja schon wieder immer dicker wird. Und wir haben erst Januar. Und für unsere Reisesehnsucht einfach hinhören. Ich bin gleich schon wieder weg in irgendeiner anderen Welt. Also manchmal, so an einem Tag wie heute, frage ich mich wirklich, wer hat denn das jetzt schon wieder erfunden in irgendeinem Moment. Heute ist, und ist ernst gemeint, Welttag des Schneemannes. Claudia, wie findest du das? Ich meine, wir haben ja nicht mal Schnee. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Schnee gab es aber tatsächlich doch diesen Winter schon reichlich. Heute nicht allzu viel. Aber ich habe mal ein Schneemann-Bild mitgebracht. Passt doch. Das ist allerdings jetzt schon eineinhalb Wochen. Ganz lieben Dank an Claudia. Ja, Berlin. Berlin ist Start-up Hochburg. So weit, so gut. Aber direkt dahinter liegen, nicht Hamburg, nicht München, nee, Brandenburg. Und wie das ganz praktisch aussieht, das schauen wir uns in unserer Wochenserie über Brandenburger Innovationen an. Heute Teil 1. Heute schon geschraubt oder gehämmert. In Cottbus klappt das auch ohne Baumarktausstattung. Ja, schon mal nicht schlecht, oder? Und morgen, Sie kennen ja auch dieses Dilemma mit den Ladesäulen für E-Autos in unserer Region. Und je katastrophaler wird es, umso weiter man noch wegkommt von größeren Städten. Und da stellen wir Ihnen ein cleveres Brandenburger Start-up vor, das da eine ziemlich gute Idee hat zu diesem Thema. Morgen in unserer neuen Wochenserie. Und Martin Wölfer ist bei uns. Ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen bei ZIPP. So morgens z.B. über diese Bühne gehen, die menschenleere Bühne, in diesen menschenleeren Saal schauen. Wie geht es Ihnen da gerade so? Also das ist wirklich die Bühne nämlich. Und dann wurde dieser Vorhang nie aufgemacht und die Leute können es gar nicht sehen, was wir da geprobt haben. Also das ist schon sehr traurig. Sie haben ja diesen Brief formuliert an die Presse und da ist von der Achterbahn der Gefühle die Rede. Wenn Sie mal so zurückschauen und wir setzen uns noch mal in diesen Wagen der Achterbahn. Was war für Sie eigentlich der grässlichste Moment? Der grässlichste Moment war, ja, wir müssen diesen Mord im Orient-Express, das war es damals, die Premiere, die davor stand, das müssen wir absagen. Und fast genauso grausam war eigentlich dieser November-Lock. Jetzt kommen wir mal, der Wagen, der Achterbahn steigt nach oben. Gab es denn irgendwie auch was persönlich, für Sie persönlich Gutes an dieser ganzen Misere? Das ist weißer gesehen, noch mit zwei Handtüchern neben mir, auf den Sitzplätzen. Genau, ich habe es gerade noch so abgepasst. Ich weiß, es tut ein bisschen weh, wir wollen noch mal, oder wollen nicht, aber wir rühren noch mal in dieser Runde, Stichwort Pläne 2020, was sich vorhatten. Und Sie haben es ja gerade schon erwähnt, der Orient-Express war auch mit dabei. Da hatte sich das Haus wirklich eine teure, eine aufwendige Produktion vorgenommen. Da stecken eine Million Euro drin. Was heißt das denn im Einzelnen? Wenn man so eine Riesengeschichte plötzlich, na ja, nicht abspricht, dass wir es dann irgendwann noch ganz oft spielen können, damit wir wenigstens annäherndes Geldsarbeit sie schicken, was ein großes Geschenk ist. Aber das ist natürlich nur dann möglich, wenn die wirklich ein Stück hätten spielen sollen, was dann abgesagt wird. Aber läuft das auch so ab, dass mal jemand an ihre Tür klopft oder sie anruft und sagt, Herr Wölfer oder Martin? Und das ist wirklich nicht mit Geld aufzuwiegen. Sie haben selbst in einer persönlich für Sie sehr schwierigen Phase nach dem Tod von Mutter und Bruder haben Sie sich Hilfe selbst gesucht. In einer schwierigen Seelensituation haben Sie sich Hilfe draußen gesucht und haben dann auch beschlossen, Hilfe anderen zu geben. In welcher Art und Weise? Das ist jetzt mal erklärt, lieber Herr Wölfer. Die Systemaufstellung wäre noch nie in Berührung gekommen. Was ist das? Das ist im Prinzip ein Coachingwerk. Sie sind nicht ganz gut gewappnet, sage ich mal so. Sie strahlen das doch aus, dass Sie jemand sind, der eine dicke Haut will ich jetzt nicht behaupten, aber dann doch eine Werkzeuge hat, um auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Ja, das Leben... Der zweite Name von Herrn Wölfer ist schon Zuversicht irgendwie. Die Theater-Dynastie Wölfer hat ja auch schon viele, viele Jahre, seitdem sie existiert, viele Krisen durchleben müssen. Und wir schauen jetzt mal zurück in die 20er-Jahre zum Opa. Das ist ja schon ganz schick, aber es ist auch was völlig anderes, als die Bühne am Kudamm oder das Schiller-Theater. Denken Sie sich manchmal schon so rein? Und wir sind gespannt. So, Herr Wölfer, sind Sie eigentlich ein Schirmtyp? Weil da gerade ein Schirm liegt. Oh, ähm, ja, wenn es regnet. Ja, aber wenn es nicht regnet, muss man ja auch keinen Schirm haben. Aber gut, der ist jetzt aber, ich hoffe, Sie haben einen, weil der ist nicht für Sie. Ach, schade. Nee, der ist jetzt wirklich für unsere Zuschauer. Denn wir haben, wie Sie sich ja denken können, ein bisschen rumgekramt, um eine Frage zu entwerfen. Mein rbb.de ist das Stichwort, die mit Martin Wölfer zu tun hat. Und zwar gehen wir jetzt ganz weit zurück in seine Jugend, die Uni-Zeiten. Wir wollen wissen von Ihnen, in welcher Sportart wurde Martin Wölfer an der Uni zweimal Vizemeister im Geräteturnen? Curling? Oder war es Fußball? Sie können jetzt gerne mal abschätzen, was es sein könnte. Dann gehören der Schirm und mit etwas Glück und unser Überraschungspaket von Zipp mit dazu. Und Sie verraten noch nichts, wir lösen es gleich auf. In dritter Generation Theaterdirektor und Martin Wölfer wollte nicht. Mit 18 jedenfalls nicht. Aber was wollte er dann? Oh, jetzt bin ich gespannt. Nicht so gedacht, aber inzwischen muss ich zugeben, es wäre sehr schade ohne Theater. Wir kommen gleich mal auf die Frage, die wir Ihnen gestellt haben. Liebe Zuschauer, Sie wissen ja, wir wollten wissen, welche Sportart hat eigentlich in der Uni-Zeit bei Martin Wölfer eine Rolle gespielt. Schauen wir mal drauf, was Sie denn so geschätzt haben. Trauen Sie ihm? Entschuldigung. Geräteturn? Sehen Sie mal. Sie haben die Figur eines Geräteturners, Herr Wölfer. Ja, sehe ich jetzt auch gerade. Wollen Sie noch hier direkt so mal was vorkommen? Ich habe nur die Figur, aber das sieht auch nur so aus. Ich habe Geräteturnen nicht so sehr gern gemocht. Curling? Curling habe ich überhaupt noch nie probiert. Nicht probiert, also bleibt ja nur Fußball übrig. Das wäre jetzt die richtige Lösung gewesen. Wie waren Sie denn so? Also als Vizemeister wahrscheinlich hatten Sie auch Anteil daran, zweimaliger, dass es gut gelaufen ist, oder? Ja, so richtiger Fußballspieler halt. Wir hatten vor allen Dingen Spaß an der Sache. Ja, und manchmal... Da waren die nicht bekannten Fernsehmenschen mit in der Truppe drin, ne? Ja, ja. Damals. Zu der Zeit... Manchmal haben wir beide zusammengespielt, ja. Na ja, und heute? Union oder Hertha? Huh, haben wir es jetzt alle gehört? Herr Wölfer, ich weiß nicht, Sie müssen leben mit den Konsequenzen dieser Antwort. Die waren jedenfalls dann doch doch so ein Lederjacken-Hausbesitzertyp, ne? So, wollten ein anderes. Das war die alte, andere Welt vom Papa und Großvater. Ja, genau. Vor allem Boulevardtheater, Kudam und so. Aber wer hat Sie dann gezwungen, umgekrempelt, was auch immer, dass Sie dann doch gesagt haben, okay, mach ich. Also umgekrempelt, nee. Lustig, finde ich, ja. Sie sind ja so, Sie sind ja ein Oberliner. Sie sind in Berlin aufgewachsen und trotzdem steht in Ihrem Personal auch... ...in Lüdenscheid auf die Welt gekommen. Ja, soll eigentlich heißen, sind Sie der erste großartige Abend in Ihrem Haus aussehen. Wie stellen Sie sich das vor? Der Vorhang geht immer hoch, nur jetzt nicht. Es kommt und wir werden wahrscheinlich alle lachen und weinen auf einmal. Martin Wölfer. Sie, liebe Zuschauer, haben wir jetzt was ganz Wichtiges. Da sind Sie nämlich unbedingt mit im Boot. So, und für alle Fälle, dass Sie jetzt etwas verunsichert sind, zip.rbb-online.de. Ganz, ganz wichtig. Und wir freuen uns schon auf Ihre Nachrichten. Schauen Sie mal hier. Oh, ich habe hier noch so ein paar drin. Ein paar Streichhölzer, ein paar Übriggebäß, die man so in seinem Leben veranstalten kann. Man kann damit einiges tun, wie Sie gerade sehen werden. Aber dafür müssen Sie sich schon mit Tonnen von Streichhölzern eindecken. Und dann kann es losgehen. Und dann sieht es vielleicht so aus am Ende. So, und der hier, der bastelt nicht mit Streichhölzern. Der hat viel anderes da zu laufen. Und zwar, dass unser Gast für morgen vorstellt. Auf dem Sofa, zusammen mit Uwe. Und jetzt sage ich nur, herzlichen Glückwunsch, lieber Christopher. Der Schirm wird gerade schon für Sie verpackt. Dann schönen Abend noch. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.